Ich bin einer der Menschen, die heute auf die Straße gehen, obwohl es grau ist und wir gerade durch Corona ganz schöne Einschränkungen haben, weil ich der Meinung bin, dass wir die Klimakrise jetzt auch endlich als echte Krise anpacken müssen. Ich bin Anne und ich bin heute hier, weil ich möchte, dass sich endlich etwas ändert und dass die Klimakrise genauso ernst genommen wird wie die Corona-Krise, denn sie ist essentiell für uns soll überleben. Mir ist es total wichtig, dass wir als Klimabewegung stark bleiben. Die meisten Menschen wissen, dass der Klimawandel eine Katastrophe für die Menschheit darstellen kann, aber auch für die Tierwelt. Deswegen brauchen wir Menschen auf der Straße. Wir brauchen Menschen, die den PolitikerInnen Mut machen, um Veränderungen herbeizuführen. Ich bin Christian und ich bin heute hier, weil jedes Grad zählt. Auch ein halbes Grad mehr ist zu viel. Es braucht 3,5 Prozent der Bevölkerung, die sich anfangen zu engagieren, damit ein gesamtgesellschaftlicher Prozess in Gang kommt. Und darauf arbeiten wir hin. Ich bin Iris und heute hier, weil mir das Leben auf diesem Planeten sehr am Herzen liegt. Dresden ist eine Stadt. Der Klimawandel wird sich vor allen Dingen auch in den Städten besonders bemerkbar machen. Überhitzte in den Städten, Wassermangel, Schäden an den Bäumen. Deswegen sollten sich die Menschen hier in Dresden wie überall fürs Klima einsetzen. Ich bin Luise und ich bin heute hier, weil ich mir eine lebenswerte Zukunft für mein zweijähriges Kind wünsche. Klimawandel ist bei uns angekommen. Klimawandel geht uns als junge Menschen was an und alle zukünftigen Generationen. Und der Klimawandel ist eine Ungerechtigkeit und deswegen ist Klimaschutz für mich globale Gerechtigkeit. Ich bin Vera und heute hier, weil ich finde, dass wir uns ganz ganz dringend überlegen sollten, in welcher Welt wir leben möchten und wie wir das noch auf die Reihe kriegen bis 2035. Am besten sucht ihr euch eine Gruppe, die euch gut gefällt, wo ihr euch wohlfühlt und macht da mit und schaut, dass ihr irgendwie eure Aufgabe findet. Und dann am besten auch einfach mit allen Menschen darüber reden, dass es auch wirklich eine Chance ist, dass wir alle irgendwie uns neu finden, was Besseres draus machen aus dieser Gesellschaft. Ich bin Johannes. Ich bin heute hier, weil die Klimakatastrophe nicht wartet, bis Corona vorbei ist.